Das Einzige, was zwischen den meisten Menschen und ihren Träumen steht, ist die Angst zu scheitern, es nicht zu schaffen, es zu versagen. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil man hat es noch nicht mal versucht. Wenn man es versucht hat, okay. Aber selbst dann gehe ich hin und sage, versuch es nochmal und nochmal und nochmal und nochmal, solange bis du irgendwann gut genug bist, eben auch deine Ziele zu erreichen und deine Träume zu leben. Aber wir geben einfach zu früh auf. Entweder wir versuchen es gar nicht erst oder wir geben zu früh auf. Aber es ist einfach schade, weil wir haben nur dieses eine Leben und dieses eine Leben sollte man nutzen, um das zu machen, was man machen will. Um das Leben zu leben, was man wirklich leben möchte und ob ich auf dem Weg dahin scheitern kann oder nicht, ist mir doch scheißegal. Dann scheitere ich halt und wenn ich scheitere, mache ich das Beste draus, entwickle mich weiter, versuche es wieder und irgendwann werde ich es schaffen. Und dann habe ich dieses Leben. Aber es ist natürlich ein Weg, es ist ein Prozess, es ist harte Arbeit und natürlich tut es weh zu scheitern. Aber das ist Teil des Spiels. Glücklich sein gibt es nicht umsonst.